cooles intro auf jeden fall like dislike läuft mega bei dir guten tag hier ist der gusor was geht heute im video möchte ich euch ja klar hier natürlich in angriff zeigen und dann gehen wir weiter mit den ganzen youtuber die halt coc machen das hatte ich euch ja angekündigt dass das mal kommen soll dass ich halt einfach ein bisschen na was heißt näher auf jeden eingehen werde ich nicht aber dass man halt so ein bisschen so ein überblick bekommt wer macht denn alles überhaupt coc ist eventuell noch der eine oder andere abgesprungen oder wie wie läuft das so jetzt haben wir hier einfach mal dem king mit dem king eine auf die fresse aber mal direkt rein junge genau zack und jetzt hoffe ich mal dass es den wieder so ein bisschen hoch heilt obwohl hat glaube ich eigentlich nicht weil die kanone ist da einfach zu penetrant und will meinen king natürlich richtig schön schlafen schicken aber vielleicht könnte er sich durch da kommt scheiß drauf wird die rage das ding und ich sehe ich sehe wir haben die ersten bomben das heißt natürlich dann ist es zeit für meine pick parade die hier hoffentlich richtig schön reißen ja und jetzt springt zurück schön in den heal rein junge in den heal rein ah die der der king kriegen wir das sogar hin oh yes extra sweet alter extra sweet da man schön hier dass der king halt noch mal schön drin sitzt und ich würde mal sagen das läuft hier gar nicht so verkehrt für den guzoa und jetzt haben wir hier noch mal hier rein schön aufgeräumt hier draußen noch mal schön die cb loslegen lassen den gift brauche ich nicht den haste ah ok jetzt sind die natürlich komplett zum king rüber gegangen ist aber auch gar nicht wild weil wir die queen hier nicht weiter heilen brauchen wir haben da sogar noch den wut beziehungsweise die ability und wir haben wieder die valkyren sehr geiles teil sehr geiles ding das ist das was wir sehen wollen queen ist down von den valkyren einfach mal zerfetzt worden queen also meine queen rage ich hier einfach mal und dann ist das ding gegessen ich meine das war auch eine low base auf jeden fall aber es gab halt wieder gut loot das ist das was wir sehen wollen und jetzt gucken wir mal ich mache hier mal eine anfrage und hier nochmal kurz meine aufstellung halt hier richtig schön so ist das ganz easy zu machen hier und dann noch 15 mauerbrecher weil die braucht man schon ganz ehrlich die brauche ich die will ich auch nicht müssen hier haben wir auch noch ein paar rein und schön die heal spells und schon passt das hier leute so läuft das hier genau das ist dieses problem sage ich jetzt mal in bezug nehmend auf die truppenclans dass man halt sagen kann gut ok komm zick zack kann kurz in den clan gehen der halt drachen spendet und dann ist das shigo so jetzt hier genau genau wir fangen an wir fangen an und zwar so und da fangen wir natürlich mal mit dem mr mobile fanboy an der hat ja mittlerweile schon fast die halbe million an subs erreicht der ist natürlich noch ordentlich dabei mit clash of clans und eben auch clash royal aber der macht ja immer mal hier und da was also von daher wie gesagt angefangen definitiv mit dem mr mobile fanboy dann haben wir natürlich meinen homie den kleinen lichtle der natürlich hier vertreten ist und ja auch ganz eine coole wurst ist der hat mittlerweile schon fast die 300k subs erreicht der ist ja ich sag mal auch noch bei beiden mit dabei auf jeden fall aber hat auf jeden fall mittlerweile den schwerpunkt auf jeden fall im bereich clash royal gemacht würde ich mal so sagen ansonsten ja fangen wir oder machen wir weiter mit dem tobi kaiser und zwar ja ich würde mal sagen da ist nicht mehr so viel los würde ich mal sagen und ich gucke aber mal gerade zurück ich würde gern sehen der hat nämlich 121 1000 abonnenten immerhin geschafft aber wie gesagt da scheint es jetzt ruhig geworden zu sein ja letztes vor einem monat so mein momentanes leben leben nach der schule vlog ja wie gesagt der war richtig richtig groß dabei auf jeden fall dann haben wir noch auf jeden fall darf man den nicht vergessen wenn wir schon bei tobias sind dann nehmen wir natürlich auch noch tobias spilt hawk mit rein mega mega krasse Gameplays auch wie gesagt eben in einer höhe wo man echt sagen muss alter verwalter also für ihn ist legende mal totalen klacks also wer wirklich so auf legenden gameplays steht und sich sagt da will ich auch irgendwie hin und brauchen ein paar tricks und tipps und so sei da dabei definitiv richtig er macht beides clash royal und auch clash of clans in einem guten mix ihr seht es hier gerade selber wirklich deswegen kann man immer schön gucken zack 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 und bringt auch wirklich regelmäßig also nicht immer nur irgendwie einmal im monat oder sowas sondern der liefert schon richtig gut ab jetzt muss ich ganz ehrlich sagen asche auf mein haupt diesen spieler kannte ich nicht ich guck mal gerade muss ich ganz ehrlich sagen xheaven so lernt man halt wieder neue leute dazu kennen auf jeden fall stehe ich total auf dem schlauch kannte ich nicht wie gesagt gerne natürlich hier auch erwähnt gar kein thema ich guck gerade mal er macht auf jeden fall auch unterschiedliche sachen ganz klar clash royal mit der klaren krieg also alter verwalter der haut ja richtig raus guckt euch das mal bitte an einen tag einen tag einen tag einen tag und dann hier heute alter verwalter du hast ja richtig ordentlich was zu tun ganz ehrlich hier muss ich einfach mal reingucken das will ich jetzt mal grad sehen cooles intro auf jeden fall like dislike läuft mega bei dir jo meine freunde was geht ab euch x7 ja am start am clash of clans dienstag und wir wechseln als allererstes zu unserer frisch gebauten base unsere yolo fun base sie scheint euch gefallen zu haben und ich habe von einigen gehört dass sie auch so eine base jetzt gebaut haben einfach nur damit es lustig ist ich finde die mega ich liebe so bases so gerade tauchte auf aktualisierung das heißt es gibt hier irgendwas neues fair play fördern selbst nicht dass mittelalterlicher klaren krieg ist ich habe mich gelassen ich beschwere mich jetzt nicht aber natürlich mit klaren book wenn noch da extra max loons drin sind oder noch ein extra drache ist das nur positiv so unsere drachen fliegen weiterhin hier am vom sprachstil gefällt es mir richtig gut auf jeden fall ja klar also einfach mal vorbeigucken würde ich sagen also wie gesagt dafür genau dafür ist dieses video halt eben da ihr sitzt halt da und denkt euch auch naja den und den kennen wir vielleicht nicht beziehungsweise das denkt ihr euch natürlich nicht aber ich glaube ihr wisst was ich meine und dann sagt man ah ja cool den kannte ich ja nicht so sieht es aus dann natürlich noch kann man ja wohl gar nicht vergessen brennerchen place also sprich der alex ist definitiv mit beidem dabei er hat zusätzlich noch so ein steckenpferd ihr seht es hier gerade selber fifa ist er am start und grundsätzlich kann man denke ich mal bei ihm sagen da tut man ihm definitiv kein unrecht wenn man halt wirklich sagt wenn einer cw geil ist darf er gerne definitiv brennerchen abonnieren weil das ist so das was bei mir halt super super zurück ist weil ich halt cw ja nicht so doll finde muss ich ganz ehrlich sagen also klar macht es auch mal spaß aber ja wie gesagt jetzt wird es bei mir auch mehr weil dann die helden ja soweit max sind aber ansonsten hier ist wirklich immer mein er hey yeah geiles ding komm hier komm den gönnen wir uns aha man hat ein neues intro und damit herzlich willkommen zu einer neuen folge ja du hast die haare schön meine aktuelle überlegung ihr könnt mir da mal gerne eure meinung zu sagen wäre am mittwoch fifa am freitag clash of clans erste sache nochmal ganz kurz da sieht man doch einfach mal wieder das ist einfach mal wie soll ich sagen das ist ein spiel mit der community er sagt halt pass auf hier so und so sieht es aus wie findet ihr das wie findet ihr das nicht wie auch immer mega geiles ding ich habe sonst mit also ich hatte ihn schon mal angefragt jetzt weil nämlich abos von mir gefragt haben ey wie sieht es denn aus match up gegen brennerchen habe ich kurz mal angefragt kam nicht zurück was aber auch vollkommen in ordnung ich bin da nicht derjenige der sagt naja warum hat er sich denn nicht gemeldet weil ich weiß das ja wie man dazu gebombt wird und alles cool alles safe alles nice jetzt gucken wir mal weiter aber wie gesagt das ist immer so ein zeichen diese frage an die community wie sieht es denn aus finde ich mega geil super gut und ist natürlich geil gerade in so ein video reingeklickt und da fragt er halt die community mega geil von der clash royale ja das ist mir momentan so ein bisschen im kopf es ist viel passiert sehr sehr viel es gab es gab das erste ligaspiel in dem fall gegen die legionäre und ich werde euch auf alle fälle mal kurz zeigen wie das ganze ausgegangen ist wir haben ein 62 zu 60 bei weniger gesamtzerstörung ich sehe es gerade ich sehe es gerade auch weniger prozente zeigen wie das ganze ausgegangen ist wir haben richtig nice und zumal das sind einfach mal 1,8 prozent und dann aber trotzdem zwei sterne mehr geholt läuft auf jeden fall warum denn nicht man kann ja auch mal glück haben mein 62 zu 60 bei weniger gesamtzerstörung errungen muss man fast so sagen und alle haben alle angriff genutzt es sagt die hey es fehlen noch 12 ja und zwar ist das mittlerweile so für diese matchups ihr seht das wir haben hier so low accounts die einfach dass das weight passt dass man mehr ist dass die wahrscheinlichkeit dass man aufeinander trifft größer ist das waren bei uns die 25 bis zu 30 und das war bei den gegnern genauso die 25 bis zu 30 eine regel dieser liga ist dass man den anderen aus dem clan also den clanführer um erlaubnis bitten muss ein video über den clan machen zu dürfen die haben sie uns erteilt das heißt ich könnte euch jetzt ein paar angriffe zeigen ich bin noch ein bisschen unschüssen wenn es nicht unbedingt sein muss dann nichts weil sonst müssen wir alle neue bases bauen deswegen überlege ich mir das ganze noch ob ich da vielleicht noch ein kleines special zu mache dass ich mal einen überblick habe wir haben hier oben alle rathaus 10er auf zwei stände bekommen haben dann bei rathaus 9 ein bisschen geschwächelt also da gab es den ein oder anderen 2 star es war auf keinen sehr geiles ding also da seht ihr halt einfach wirklich cw ist ein steckenpferd auf jeden fall und dann passt das ganz klar diese jax brauche ich theoretisch nicht mehr erwähnen aber da er natürlich eine coole sau ist muss das natürlich auch erwähnt werden ansonsten ist er mittlerweile echt nur noch eine ja wie soll ich sagen eine kleine cr-prinzessin würde ich es einfach mal so nennen und haut halt enormst viel cr raus und ja die meisten feiern das und ich muss aber wirklich ganz ehrlich ich muss mittlerweile sagen ich habe alter der kleine boy hat mittlerweile 91.000 subs das geht gar nicht das geht gar nicht richtig richtig krank richtig geil ja geht einfach darum dass viele mittlerweile auch sagen ey richtig richtig geil dass du ganz normal weiterhin bei coc bleibst dass man wirklich immer mehr zuspruch bekommt das ist auch richtig richtig nice hier haben wir natürlich auch nochmal ich guck mal gerade clash royale germany kanal ok i don't know wer bist du cooles ding gut zu wissen also es gibt nochmal ein clash royale germany auch nicht schlecht also könnt ihr auch mal vorbeigucken aber wie gesagt es soll mir jetzt effektiv um die coc spieler gehen da ist es bei dem niklas mittlerweile war es eingeschlafen also beziehungsweise was heißt eingeschlafen sondern grundsätzlich war da ja so ein kleiner hänger das habe ich mitbekommen weil ich bei niklas immer mal so vorbei geschult geschmult habe und da ist mir das aufgefallen dass er halt wirklich eine zeitlang hier guckt mal hier war es halt wirklich so dass er halt echt richtig in anführungsstrichen geschwächelt was heißt geschwächelt ihr wisst was ich meine vielleicht hat man auch einfach mal was anderes zu tun und dann ist ihm hier richtig der arsch geplatzt und bam 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 kommen da videos aber eben im clash royale bereich ansonsten genau dann haben wir noch den kev go around macht auch richtig richtig nice stuff ist im bereich eben auch mit tobias spirit hawk immer unterwegs zu sehen macht er auch viel viel hot shit auf jeden fall gefällt mir vom argumentationsstil auch richtig gut also das passt das ist eigentlich gar kein thema da könnt ihr gerne mal vorbeigucken und jetzt muss ich doch mal schauen ob ich noch einen vergessen habe wenn das der fall ist einfach wie gesagt in die beschreibung beziehungsweise in die beschreibung könnt ihr natürlich nichts schreiben yeah ja so ist das nein wird leider nichts ihr könnt aber kommentieren und dann ist das nice mit coc gibt es den noch gucken wir mal das sieht auch ziemlich danach aus als wäre das nur noch jo das sieht auch sehr 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 nach nur noch cr aus hier hatten wir noch mal vor einem monat irgendwie dann das sieht auch noch ziemlich nach clash of clans aus und dann sieht das hier alles nach clash royale aus so xheven xheven also richtig geil mit xheven dass ich da auch wieder so ein bisschen möser coc ist ja nicht mehr so wirklich dabei dann haben wir ist aber auch eine coole sau gewesen nicht mörser sondern möser coc heißt es und dann haben wir noch fleoneo aber ich glaube der ist auch nicht mehr so dabei der hat sich dann glaube ich mehr so mit wenn vainglory so zusammengetan getutet clash royale macht er auch aber nach coc sieht das hier gar nicht mehr aus also ist echt krass also da wurde die die community echt gespalten irgendwo achso wen man natürlich noch erwähnen muss ist natürlich der kleine pukki ne ich glaub 2 u schlag mich nicht ich glaub 2 u yeah pukki ah auch clash royale nur noch clash royale du kleines opfer du sollst coc spielen aber guck mal alter der hat 41k ich glaub ich hab was falsch gemacht aber ganz ehrlich es ist halt wirklich es zeigt es einfach wieder wenn ich halt coc mehr liebe mache tue als clash royale beziehungsweise ja ich meine über den tag über sag ich mal bin ich dann auch dabei dass ich dann sage während der arbeit oder sowas ja gut okay komm hier eine runde kurze clash royale aber so also rein rein spieltechnisch macht das mega laune so aber ich finde wirklich die das let's play den den let's play bereich will ich so doch noch mehr den fokus auf clash royale auf clash of clans haben von daher aber puki läuft bei dir mit 41k respekt gucken wir mal oh hier vielen dank an daniel kesslin ameisi meine lieblings youtuber so ja gusor mit 20k subs yeah mr mobile fanboy brennerchen place tobi kaiser inaktive coc youtuber genau ja krasses pferd wie das mit donjon abging finde ich er wird seine gründe gehabt haben ganz klar er wird definitiv seine gründe gehabt haben aber das ist schon richtig fett weil er er war derjenige derjenige wenn man über coc gesprochen hat hat man über donjon gesprochen und das dann effektiv ja so in anführungsstrichen enden zu lassen wie gesagt wenn er da seine gründe hat und wie auch immer ist das eine ganz andere sache und die wird er garantiert haben sonst hätte er das nicht gemacht aber das war richtig krass den kanal halt in anführungsstrichen ja runterfallen zu sehen echt schade ehemalige youtuber coc bereich klar äh disiax mitch puky fleo neos tobias spirit hawk zuschauer lp genau junge zuschauer lp junge da habe ich öfter auch mal vorbeigeguckt und mir dann jetzt kommt es gleich hallo 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 weiter geht es mit clash royal wilk ja er kommt immer so um die ecke richtig nice nummer auf jeden fall und er macht aber auch noch beides also da bin ich mir ziemlich sicher ganz genau hier haben wir auch noch mal clash of clans am start dabei ansonsten ist es auch eine richtig coole sau aber mittlerweile ohne facecam habe ich zumindest jetzt in den letzten folgen nicht mehr gesehen so dann haben wir gucken wir mal puky fleo neos hat mal gesagt und noch ein paar kleinere ja grizzly tv wird auf jeden fall erwähnt grizzly tv wird erwähnt weil da sich der max hinter versteckt der auch richtig gas gibt und beides am start hat also wirklich kann man schon sagen na hier war er jetzt ein bisschen yay was geht denn junge clash of clans mach mal hier zack zack ne also der ist richtig gut dabei passt auf jeden fall und jetzt haben wir da habe ich heute noch mal reingeguckt hat mir richtig richtig gut gefallen den dürft ihr auf jeden fall auch subscriben guck mal willkommen liebe clanscher zu road to max out es ist eine sehr angenehme sprache also eine sehr angenehme stimme vom vom klangbild her und er weiß wovon er spricht klar wenn er euch die base anguckt dann wisst ihr was los ist der ist gerade bei mir so im klaren am rumhängen und läuft bei ihm auf jeden fall also da könnt ihr auch auf jeden fall mal reinschauen dann haben wir noch war motion clash of clans aber erstmal würde ich gerne nochmal in den 187 reingehen der ist nämlich auch gut dabei und hat mittlerweile 1000 subs erreicht herzlichen glückwunsch dazu auf jeden fall ja macht halt auch beides ich wollte gerade sagen ja clash royale auch und ist aber doch denke ich mal so noch das hauptaugenmerk auf jeden fall auf clash of clans so und dann war motion sagt mir gar nichts Das war's. Das ist für ein Intro fast ein bisschen lang. Also, das wird jetzt garantiert nur für dieses eine Video natürlich sein, aber das ist schon ein bisschen lang. Kein Go Wild. Ich geh mal ein bisschen weiter. Also, das war der Trailer. Oh, böse. Da würde ich jetzt gerne mal kurz in ein neueres Video reinschauen. Da ist soundmäßig definitiv noch mehr drin. Klar, logisch, man kann nicht immer so aufgestellt sein wie der pralle Gusor, aber ich muss halt echt sagen, also am Anfang war ich halt eben auch mit dem Headset unterwegs, ganz klar. Und das hat sich schon wirklich bemerkbar gemacht, dass man halt wirklich gesagt hat, gut, okay, komm, hier jetzt ein ordentliches Mic und dann passt das auch. Besonders, wenn man eh keine Facecam drin hat, dann ist das ja das Einzige, was dich von jemand anderem sozusagen unterscheidet. Dann muss der Ton schon richtig gut abgehen. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, einfach mal vorbeischauen bei ihm. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch was haben. Pukki, genau. Glorfindel, nur CR, okay, ja. Oh, und ganz oft, weil ich hier jetzt auch eben dieses, oh, naja, nur höre. Also, bei diesem nur wird mir immer so ein bisschen schlecht. Ganz ehrlich, ein bisschen. Aber dazu kommen wir gleich. Und zwar kommen wir jetzt dazu. Jetzt bin ich nämlich wieder ganz normal in meiner Base drin. Diese Umänderung wollte ich euch dann doch nicht antun. So, jetzt gucke ich gerade mal. Und zwar geht es darum, von wegen diesem, warum hast du denn nur? Also werde ich ja oft gefragt. Oder beziehungsweise wird geschrieben, das ist ja gar nicht böse. Das weiß ich, dass das gar nicht böse gemeint ist. Sondern sehr nett gemeint ist von euch. Wenn es heißt, oh, warum hast du denn nur 20k? Dieses nur, wie gesagt, versteht ihr das nicht falsch? Ich bin da nicht böse drauf. Das ist, wie gesagt, super, super nett gemeint von euch, ganz klar. Aber dieses nur ist für mich sowas, dieses, naja, ja, warum denn, du hast doch mehr verdient. 20k ist jede Menge. Das ist wirklich richtig viel. Und das muss man sich auch immer wieder vor Augen halten, meiner Meinung nach. Klar, man kann davon nicht leben. Das kann man, ich werfe jetzt mal was raus, sage ich mal, so im Bereich, um wirklich davon leben zu können, muss man schon zu den, ich sage jetzt mal, Top 5 YouTubern, würde ich mal sagen, na, so gehören. Also wie gesagt, davon ist man noch definitiv weit entfernt. Das wäre natürlich definitiv mein Ziel, ganz klar. Aber wenn das halt nicht ist, ist das nicht anders. Und wenn ich dann eben wirklich da sitzen würde und sage, oh, naja, warum habe ich nicht noch mehr? Oder warum habe ich nicht schon mehr? Nee, das wäre ganz falsch. Das wäre ganz, ganz falsch. Man muss das auch definitiv auch hüten wie, ja, wie soll ich sagen, wie sein Augapfel, ganz klar. Und darf da nicht sagen, ach, naja, warum habe ich denn nicht noch mehr? Das ist Heulen auf hohem Niveau. Ich finde 20k Subs ist richtig, richtig scheiße viel. Richtig viel. Und von daher sollte man das feiern, was man hat auf jeden Fall und nicht sagen, oh, naja, warum sind es nicht mehr? Meine Meinung. Und deswegen gebe ich immer das Beste für euch. Ich, mal jetzt gucken wir mal hier, wir können denn hier theoretisch richtig schön rocken, auch wenn er eine 38er Queen hat. Und die Infernus würden mich auch gar nicht anzecken, aber ich kann es mir natürlich auch bei einer viel einfacheren Base genau dasselbe, genau denselben Loot holen. Von daher lasse ich das mal. Echt. Also hier ist gerade echt richtig schön Loot am Start. Das passt. Ich skipp euch mal raus und gucken wir mal, was geht. Hier haben wir doch was ganz Nettes. Mit fast 400k Gold. Das sollte doch ganz nett laufen hier. Schauen wir mal. Ich hoffe mal keine Sprungfalle. Nö, das sieht ganz nett aus hier. Dann lassen wir die Queen hier gleich mal reinjuckeln. Und dann gucken wir mal, wie die aufräumt erstmal und dann sehen wir weiter, wo hier die Schweine eventuell reinkommen können. Also ich würde mal fast sagen, in dem Bereich könnte ich es auf jeden Fall hier, denke ich mal, kann ich sie setzen. Ich habe nur zwei Heal dabei. Ah, ich habe es ein bisschen fail gemacht, weil die Helden da gerade halt noch am Start sind. Die mir natürlich dann die Schweine natürlich kaputt machen können. Gucken wir mal, wie die sich halten. Wir werden es sehen. Fortsetzung folgt. So, gucken wir mal hier. Alter, was ist denn mit dir kaputt? Was ist denn mit dir kaputt, Junge? Alter Queen. Was machst du gerade? Du hast neben dir ein Dev-Gebäude und gehst schön auf die Wand, oder was? Junge. Schämen solltest du dich. Das war ja gar nichts. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier noch haben. Ich würde mal sagen, reingehen müssen wir erstmal. Weil das ist hier alles noch nichts. Ja, hier die Walküren reißen noch ein bisschen was hier. Also in Schnelligkeit auf die Heiler bringt jetzt mal gefühlt nicht wirklich viel. Klar, die werden selber, werden sie ein bisschen schneller dadurch, klar. Aber sie heilen nicht schneller. Weil beim Rage ist ja wirklich so, die heilen dann echt richtig genial. Obwohl, ich gucke gerade auf den Loot. Ich habe ja fast alles geholt. Das sah zuerst so total, boah, echt Walküre. Nett. Nett, ich nehme alles zurück, wenn ich dich früher so gedisst habe. Du kleine Walküre. Kriegst du alles wieder, im positiven Sinne. Es läuft bei dir. Und jetzt, bumm. Klar, war jetzt nicht, nichts Neues. Aber damit möchte ich auch das Video beenden. War wieder mal ganz in Ordnung. Passt. Und wir haben wieder mal ein bisschen Bonus ergattern können. Das war es von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser Zusammenschnitt. Und dann haut mal rein. Und lasst bei den anderen auch gerne mal ein Abo da. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.